Ich habe wieder fünf ziemlich alte Kriminalfälle für euch. Bitte denkt daran, ein Like da zu lassen und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Der Offizier Siegfried von Saldan befindet sich im Jahr 1917 im Kriegsgefangenenlager in Fukuoka in Japan. Er ist bereits einige Jahre zuvor als Offizier in die chinesische Stadt Qingdao gekommen und er hatte auch seine Frau Irma von Saldan sowie ihre beiden Söhne nachgeholt. Siegfried und Irma stammen beide aus angesehenen Familien. Irma ist die Tochter des Marineoffiziers Eduard von Kapelle. Im November 1914 müssen die deutschen Truppen sich im Kampf um die Stadt vor den Japanern geschlagen geben. Seitdem befinden Siegfried von Saldan und viele weitere sich in verschiedenen Gefangenenlagern in Japan. Irmas Vater rät ihr, mit den Söhnen nach Deutschland zurückzukehren, doch sie möchte in Siegfrieds Nähe bleiben. Die 28-Jährige und die beiden Söhne Horst und Silvester kommen nach Japan nach und finden schließlich ein Haus zu Miete in Sotosumiyoshi, ganz in der Nähe des Gefangenenlagers. Das Haus liegt alleine stehend auf einem 10 Quadratkilometer großen Grundstück in einem sehr ruhigen Wohngebiet. Irma darf Siegfried einmal pro Woche besuchen. Sie hat Kontakt zu anderen Frauen, deren Männer sich im Gefangenenlager befinden, doch dass sie ihren Männern nach Japan gefolgt sind, wo sie sich in Gefangenschaft befinden, ist die absolute Ausnahme. Außer Irma befinden sich nur noch neun weitere Ehefrauen von Gefangenen in der Umgebung. Irma engagiert die deutsche Lehrerin Johanna Wagner für ihre Söhne, die mit bei ihrem Haus lebt. Außerdem hat Irma weitere Hausangestellte, wie zum Beispiel einen Koch namens Uta Saburo. Ihr älterer Sohn Silvester verlässt Japan im Jahr 1915 und geht in die USA. Im Dezember 1915 durchsucht die Militärpolizei Irmas Haus und Irma wird mehrfach verhaftet, da sie verdächtigt wird, bei der Flucht von fünf Gefangenen geholfen zu haben, die am 19. Dezember entkommen sind. Es heißt, Irma hätte die Besuche bei ihrem Mann im Lager dazu genutzt, um den Männern Informationen zukommen zu lassen und ihnen zum Beispiel auch Zivilkleidung hineinzuschmuggeln, damit sie unentdeckt entkommen konnten. Doch hier kann nichts davon nachgewiesen werden. Die Männer sind nach Korea geflüchtet. Einer von ihnen kann kurze Zeit später in Seoul festgenommen werden. Die anderen vier werden nicht mehr erwischt und es wird vermutet, dass sie nach China weitergereist sind. Wegen der Verdächtigung ihr gegenüber darf Irma ihren Mann sechs Monate lang nicht besuchen. Knapp anderthalb Jahre später, am 24. Februar 1917, Siegfried befindet sich immer noch in Gefangenschaft, gehen Irma und Horst wie jeden Abend in ihrem Haus in Fukuoka zu Bett. Ihre Hauslehrerin ist gerade zu dieser Zeit verreist. Gegen elf am Abend löscht Irma das Licht. Ein Mann, der seit über zwei Stunden draußen vor ihrem Haus lauert, hat darauf gewartet. Er wartet noch ein wenig länger. Dann löst er mit einem mitgebrachten Werkzeug einen Fensterladen und dringt ins Haus ein. Irma, die ein Geräusch gehört hat, macht Licht an und geht nachsehen, was los ist. Als sie den Einbrecher in ihrer Küche entdeckt, versucht er gerade, sich irgendwo zu verstecken. Als er entdeckt wird, bedroht er Irma und fordert sie auf, ihm Geld zu geben. Irma bemerkt, dass der Mann kleiner ist als sie und sie springt auf ihn und versucht, ihn festzuhalten, doch der Mann zieht ein Messer und sticht auf Irma ein. Er verletzt sie unter anderem im Gesicht, an der Schulter und an der Brust. Dann drückt er sie zu Boden, zieht ihr seinen Gürtel um den Hals und stranguliert sie. Er stiehlt ihre Handtasche, ihre Armbanduhr und ihren Schmuck, dann flüchtet er aus dem Haus. Der 13-jährige Sohn Horst hat in seinem Zimmer die Geräusche der Tat gehört. Auch nachdem der Täter weg ist, traut er es sich nicht aufzustehen und nachzusehen, was geschehen ist. Um fünf am nächsten Morgen kommt die Frau des Kochs Uta Saburo, um die Zimmer vorzuheizen. Das Paar lebt in einem Haus für Angestellte auf dem gleichen Grundstück. Sie findet Irmas Leiche, die auf einem umgefallenen Raumteiler liegt. Irmas Nachthemd ist nach oben geschoben und ihre Unterwäsche fehlt. Das japanische Kabinett ist schockiert über den Mord an der Frau eines deutschen Offiziers und es gibt erstmal eine Nachrichtensperre. Der Fall soll schnellstmöglich geklärt werden. Erste Vermutungen werden laut, dass die Tat politisch motiviert sein könnte. Siegfried darf sich in Begleitung einiger Wachmänner auf eigene Anfrage den Tatort ansehen. Er ist völlig schockiert vom Tod seiner Frau. Nur zwei Tage nach ihrer Beisetzung wird Siegfried tot im Gefangenenlager aufgefunden. Bei der Autopsie wird ein fremdes Haar unter Irmas Fingernägeln gefunden. Die Uhr in ihrem Wohnzimmer ist um 12.25 Uhr in der Nacht stehen geblieben. Der Täter hat auf dem umgefallenen Raumteiler einige blutige Fingerabdrücke hinterlassen. Diese werden mit bei der Polizeistation vorliegenden Fingerabdrücken von Straftätern verglichen, doch der Täter ist nicht dabei. Die Polizei macht Razzias in umliegenden Restaurants und Clubs, doch sie können niemanden finden, zu dem die Fingerabdrücke passen. Als ein Gasthaus ganz in der Nähe von Irmas Haus überprüft wird, kann einer der Übernachtungsgäste, ein Kleidungshändler, der vom 23. bis 26. dort ein Zimmer genommen hatte, nicht ermittelt werden. Dann findet sie heraus, dass dieser Mann am 23. Februar ein Messer in einem Laden schärfen lassen hat. Die Polizei beginnt, nach diesem Mann zu fahnden. Einer der Polizisten befragt hunderte Personen, darunter auch Frauen, die im Rotlichtmilieu arbeiten. Er erhofft sich, dass der Mann, der ja in einem Gasthaus eingemietet war, in diesem Milieu unterwegs gewesen ist und er hat Glück. Eine der Frauen behauptet, die wahre Identität des Kleiderhändlers zu kennen und nennt ihn den Namen Tokoichi Tanaka. Sie sagt, der Mann würde regelmäßig zu ihr kommen und er sei auch in der Nacht nach dem Mord an Irma bei ihr gewesen und er hätte eine verletzte Hand gehabt. Kurz darauf erhält die Frau sogar einen Brief von ihm, der in Tsuyasaki abgeschickt wurde. Doch als die Polizei dort, wo er ebenfalls in einem Gasthaus gewohnt hatte, nach ihm fahndet, ist er bereits wieder abgereist. Anhand seines Namens kann er jedoch schließlich ausfindig gemacht werden. Der 26-jährige Tokoichi Tanaka ist gar nicht Kleiderhändler, sondern Bäcker in der Stadt Kokora. Er kann am 8. April festgenommen werden, als er gerade aus dem Kino zurückkommt. Als seine Fingerabdrücke genommen werden, ergeben sie ein Match. Darüber hinaus werden Irmas Armbanduhr sowie ihr Perlenring in seinem Besitz gefunden. Die Tat an Irma war nicht politisch motiviert, sie hatte rein gar nichts damit zu tun, dass sie die Frau eines Offiziers gewesen ist. Sie war das Zufallsopfer eines Einbrechers. Tanaka, der bereits wegen Diebstählen vorbestraft ist, sagt, dass er den Mord nicht geplant hätte und dass das Messer eigentlich nur seiner Verteidigung dienen sollte. Tokoichi Tanaka wird zum Tod verurteilt und am 10. März 1918, gut ein Jahr nach seiner Tat, hingerichtet. Horst, der Sohn von Irma, kann noch im Jahr 1917 nach Deutschland zurückkehren. Der Polizist, der die Information über den Verdächtigen durch die Dame aus dem Rotlichtmilieu herausgefunden hat, erhält eine Auszeichnung. Im Jahr 1869 wird Gaetano Breschi in Coyano in Prato in Italien geboren. Seine Kindheit und Jugend ist von der Industrialisierung geprägt, überall entstehen riesige Fabriken und das Schienennetz wird ausgebaut, damit Frachtzüge Waren transportieren können. Daraus entsteht eine anarchistische Bewegung, da die Menschen sich dem Zwang der Industrialisierung ausgesetzt fühlen und sich in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen. Während Gaetanos Kindheit wird Umberto I. König von Italien. Als er erst wenige Monate lang König ist, im November 1878, wird er von einem Anarchisten Giovanni Passanante mit einem Dolch attackiert. Der Premierminister Benedetto Cairoli, der gemeinsam mit ihm unterwegs war und versucht hat, den König zu verteidigen, wird schwer von Passanante verletzt. Der Täter erhält die Todesstrafe, die später in lebenslängliche Haft umgewandelt wird. Nur einen Tag nach dem Angriff, als Menschen auf der Straße in Florenz feiern, dass der König unverletzt überlebt hat, ereignet sich eine Explosion, bei der zwei Menschen getötet und zehn weitere schwer verletzt werden. Gaetano Breschi ist zu dieser Zeit neun Jahre alt. Er wächst auf, als die Anarchisten immer wieder Unruhen verursachen und Angriffe begehen. Seine eigene Einstellung wird dadurch stark geprägt. Im Alter von 15 dreht er selbst einer anarchistischen Bewegung bei. Gaetano beginnt als Seidenweber zu arbeiten. Doch aufgrund seiner Aktivitäten steht er bereits unter polizeilicher Beobachtung und im Alter von 26 Jahren wird er gemeinsam mit weiteren Anarchisten verhaftet und muss ein Jahr im Exil auf Lampedusa verbringen. Dort studiert er weitere Literatur über die Anarchistenbewegung. Nach seiner Freilassung verlässt Gaetano Italien und geht zunächst nach New York, dann nach New Jersey. Auch dort arbeitet er wieder als Seidenweber. Er lernt eine Frau, Sophie Nieland, kennen und bekommt zwei Töchter mit ihr. Auch in Patterson in New Jersey, wo sie nun neben vielen weiteren italienischen Immigranten leben, schließt Gaetano sich einer Gruppe Anarchisten an. Schließlich beginnt die Gruppe, eine Zeitung herauszugeben, in der Gaetano durch seine Beiträge heftig Propaganda macht. Er ist erst etwas über ein Jahr lang in Amerika, als sie Nachrichten aus Italien erreichen, wo es gewaltige Unruhen gegeben hat. Während König Umberto I. sich vor allem um die italienischen Kolonien in Afrika bemüht, ist die Situation der Mittelklasse in Italien extrem schwierig. Viele sind ohne Arbeit und die Lebensmittel werden knapp. 1897 versucht ein Schmied, Pietro Aciarito, um den König zu erstechen. Er stürmt mit einem Messer auf seine Kutsche zu, kann jedoch sofort festgenommen werden, bevor er Schaden anrichten kann. Die schlechte Ernte im Jahr 1898 treibt die Lebensmittelpreise auf die Spitze. Es gibt zahlreiche Proteste und vor allem im Norden des Landes werden die Proteste zunehmend gewalttätiger. Über 60.000 Menschen sind auf der Straße und die Artillerie rückt mit tausenden Truppen an. Gegen die Protestierenden werden Feuerwaffen eingesetzt und zwischen dem 6. und 10. Mai 1898 sterben über 400 Personen in Mailand, Tausende werden verletzt. Als Gaetano von dieser Entwicklung hört, beginnt er sofort, Geld aufzutreiben, um zurück nach Italien zu reisen. Er möchte Rache an König Umberto I. nehmen, der nun überall der Mörderkönig genannt wird. Neben einem Ticket für die Überfahrt erwirbt Gaetano einen Revolver. Er findet heraus, dass der König sich in Monza aufhält, wo er eine Villa besitzt. Zunächst kehrt er aber im Juni 1900 nach Prato zurück, wo er sich mehrfach mit anderen Anarchisten trifft. Der Polizei bleibt nicht verborgen, dass Gaetano wieder im Land ist. Aufgrund seines früheren Aufenthaltes im Exil ist sein Name bereits gelistet und er gilt als potenziell gefährlich. Dennoch kann er unbehelligt jeden Tag Schießübungen mit seinem Revolver machen. Schließlich reist er nach Monza, wo er alles genau auskundschaftet. Am 29. Juli 1900 machen Umberto I. und seine Begleiter sich auf den Weg, um eine Sportveranstaltung anzusehen. Umberto selbst entscheidet, an diesem Tag auf seine Schutzjacke, die nach den vorherigen Angriffen auf ihn angefertigt wurde, zu verzichten. Während der König sich das Sportevent ansieht, befindet Gaetano sich in der Stadt, spaziert umher und geht Eis essen. Er trifft auf einen Fremden, dem er sagt, dass er sich sein Gesicht gut merken solle, denn er würde sich vielleicht für immer an ihn erinnern. Abends geht er zum Sportstadion, wo sich bereits eine Menschenmenge versammelt hat, die den König sehen möchte. Nach der Veranstaltung bricht bereits die Dunkelheit an und Umberto I. befindet sich mit weiteren Männern auf dem Weg zu seiner Kutsche, als Gaetano aus der Menschenmenge heraustritt und viermal auf den König schießt. Er wird dreimal getroffen. Obwohl sofort völliges Chaos ausbricht, kann Gaetano noch vor Ort festgenommen werden. Der König wird um halb zwölf in der Nacht in seiner Villa für tot erklärt. Während die Regierung zunächst annimmt, dass Gaetano im Rahmen einer Verschwörung mit weiteren Personen gehandelt hat, können dafür keine Nachweise gefunden werden. Er hat offenbar alleine gehandelt. Er wird zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt und auf die Insel Elba geschickt. Die Haftbedingungen dort sind so fürchterlich, dass die Regierung eine Racheaktion von Gaetanos Unterstützern befürchtet. Aus diesem Grund wird er ins Gefängnis auf die Insel Santo Stefano gebracht. Die Insel wird von bewaffneten Streitkräften bewacht, da nun befürchtet wird, dass der Versuch unternommen werden könnte, Gaetano aus dem Gefängnis zu holen. Er selbst rechnet laut seinen eigenen Aussagen mit einer Revolution, in deren Rahmen er aus dem Gefängnis entkommen wird. Doch am 22. Mai 1901 wird Gaetano im Alter von 31 Jahren tot in seiner Zelle aufgefunden. Es gibt erhebliche Zweifel daran, dass er seinen Tod selbst verursacht hat. Er hatte gerade die Entscheidung einer Berufung, die er eingereicht hatte, erwartet und hat außerdem frisches Essen in seiner Zelle zurückgelassen. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass er bereits früher verstorben ist, als gemeldet wurde. Gaetanos persönliche Daten im Register des Gefängnisses wurden herausgerissen. Die Sache wird nie vollständig geklärt, doch es gibt Vermutungen, dass Gaetano Breschi ermordet wurde. Am 27. März 1866 macht die 55-jährige Janet Rogers sich auf den Weg zur Mount Stewart Farm, die ihrem Bruder William Henderson gehört. Die Farm liegt in der Nähe von Forgen Danny in Perth in Schottland. Williams letzte Haushälterin hat ganz plötzlich gekündigt und er sucht nun dringend eine neue Haushaltshilfe. Bis er eine findet, möchte seine Schwester Janet ihm auf seiner Farm aushelfen. William hat eine finanziell schwierige Zeit auf der Farm hinter sich. Im Jahr zuvor mussten er und viele weitere Farmer aufgrund einer Seuche, die unter den Tieren ausgebrochen war, ihren gesamten Tierbestand schlachten, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dadurch hat er nun seine Rücklagen, eine ordentliche Geldsumme, die er nach dem Tod seines Vaters geerbt hatte, fast vollständig aufgebraucht. Ihren Mann und die beiden Jüngsten ihrer fünf Töchter, die noch zu Hause leben, lässt Janet bei der Anreise zur Mount Stewart Farm in ihrem Heimatort zurück. Drei Tage nach ihrer Ankunft auf der Farm, am 30. März, frühstückt Janet gemeinsam mit ihrem Bruder, der sich anschließend laut seinen Angaben etwa um halb elf am Vormittag auf den Weg ins sieben Meilen entfernte Perth macht, um zum Markt zu gehen. Er kommt abends zwischen sechs und sieben Uhr nach Hause zurück und findet die Haustür und die Hintertür verschlossen vor. Er klopft mehrfach an die Türen und dann an verschiedene Fenster, doch Janet öffnet ihm nicht. Auch auf seine Rufe reagiert sie nicht. James Crichton, der für William als Pflüger arbeitet, kommt vorbei und William fragt ihn, ob er Janet gesehen hat. James verneint und geht zu seiner nahegelegenen Hütte zurück. William wundert sich, doch schließlich kommt er durch ein offenes Fenster im ersten Stock des Hauses hinein. Das Bild, das sich ihm dort bietet, ist entsetzlich. Janet liegt, mit einer Bettdecke abgedeckt, in einer riesigen Blutlache mitten in der Küche. Nicht nur der Boden, auch die Wände sind voller Blut und Möbel und Einrichtungsgegenstände liegen wild durcheinander überall im Raum. Offenbar hat Janet sich heftig gewehrt und länger mit ihrem Mörder gekämpft. Überall in der Blutlache sind Fußspuren. Janet hat zwei Wollmützen auf dem Kopf. Als die Polizei sie abnimmt, stellt sie fest, dass ihr Hinterkopf komplett zertrümmert wurde, und zwar mit einer Axt. Die Axt, an der Blut und Haare von Janet kleben, befindet sich noch am Tatort und wurde zuvor beim Feuerholz in der Küche gelagert. Der Täter hat also eine Waffe benutzt, die auf der Farm vorhanden war. Es kann festgestellt werden, dass Janet bereits seit etwa fünf bis sechs Stunden tot ist, also wurde sie vermutlich am frühen Nachmittag ermordet. Abgesehen von der Küche, wo völliges Chaos herrscht, ist das restliche Haus völlig unberührt. Der Täter hat laut der Polizei nichts durchsucht und nichts gestohlen. William allerdings behauptet, dass das ganze Haus durchwühlt war und dass eine Banknote im Wert von einem Pfund aus einem Schrank verschwunden sei. Im Haus wird eine kleine Metallbox mit Tabak entdeckt. Darüber hinaus befindet sich in der verwüsteten Küche eine zerbrochene Pfeife. William sagt, dass weder er noch Janet geraucht haben und dass er nicht wüsste, woher der Tabak kommt. William selbst wird als möglicher Täter schnell von der Polizei ausgeschlossen, da seine Anwesenheit auf dem Markt in Perth von mehreren weiteren Männern bestätigt wird. Die Polizei ermittelt unter Williams Bekannten. Janet ist ja gerade erst drei Tage vor der Tat auf der Farm angereist und kannte im Ort niemanden näher. So nimmt die Polizei an, dass, wenn es ein persönliches Motiv für die Tat gegeben hat, dieses sich gegen William und nicht gegen Janet gerichtet hat. Eine Nachbarin, Betsy, die am Tag des Mordes in der Nähe der Mount Stewart Farm unterwegs war, sagt aus, dass sie Janet gesehen hat, als sie dort vorbeigegangen ist. Sie sagt, sie hätte sich etwa um halb zwölf am Vormittag an der Haustür mit einem Mann unterhalten. Betsy kann den Mann nicht gut beschreiben, da sie nicht mehr gut sehen kann. Da es nichts weiter gibt, was auf den Täter hinweist, schreibt die Polizei eine Summe von 100 Pfund für Informationen aus, die zum Täter führen, damals eine riesige Summe Geld. Anstatt dadurch Hinweise auf den Täter zu finden, melden sich eine Menge Personen, die dringend Geld brauchen, aber eigentlich nichts über die Tat wissen. Schließlich sagt eine Frau Christina Miller aus, die ebenfalls bis kurz zuvor für William gearbeitet hat, doch von ihm herausgeworfen wurde. Nach ihrem Rauswurf wurde sie von ihrer Cousine Martha und ihrem Mann James Crichton dem Pflüger von William in ihrem Haus aufgenommen. Christina möchte erst nicht aussagen, doch dann, plötzlich, behauptet sie, dass sie wenige Tage nach dem Mord gehört hat, wie James darüber gesprochen hat, die Tat begangen zu haben. Darüber hinaus behauptet sie, dass James Tabak in einer kleinen Metallbox aufbewahrt hat, genau so eine, wie am Tatort gefunden wurde. James streitet jede Tatbeteiligung ab. Er behauptet, weder in der Nähe der Mount Stewart Farm gewesen zu sein, noch Janet etwas angetan zu haben. Dann erzählt er der Polizei, ohne dass sie ihn gezielt danach fragt, dass er nicht rauchen würde. James könnte ein Motiv für die Tat haben, denn William hatte bereits seit Monaten nicht mehr mit ihm geredet. Einige Monate zuvor ist jemand auf seiner Farm eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. William ist überzeugt davon, dass dies James gewesen ist. Nachgewiesen werden kann ihm nichts und er ist wütend über die Anschuldigung. Seitdem kommunizieren die beiden Männer nicht mehr miteinander, dennoch arbeitet James weiterhin als Pflüger für William. Mehrere weitere Personen sagen aus, dass James sehr wohl Raucher sei und auch eine Pfeife hätte. Es gibt also bereits mehrere Widersprüche, was James Aussagen und die Aussagen von anderen angeht, doch es gibt keine konkreten Beweise gegen ihn. James Crichton wird für den Mord angeklagt. Betsy, die ja zunächst behauptet hatte, dass sie Janet an der Haustür mit einem Mann reden sehen hatte, behauptet nun, dass sie so schlecht sehen würde, dass sie eigentlich gar nicht wüsste, ob sie überhaupt Personen an der Tür gesehen hat. Auch die Jury findet die Beweislage viel zu dünn und nach nur zwölfminütiger Beratung wird James von den Mordvorwürfen freigesprochen. James Crichton zieht nach seinem Freispruch aus dem Ort weg. Einen anderen Verdächtigen kann die Polizei nie ausfindig machen. Der Fall bleibt ungelöst. Janets Bruder William stirbt 24 Jahre später, 1890, in einer Anstalt für psychisch Erkrankte. Anwohner von Forgen Danny sagen, er sei in den Jahren vor seinem Tod völlig verrückt geworden. Ein Nachbar sagt, der Grund für seine schweren mentalen Probleme sei gewesen, dass der Mord an seiner Schwester nie geklärt werden konnte. William sei überzeugt davon gewesen, dass James Crichton tatsächlich der Täter war und dass er dies nie beweisen konnte, hätte ihn in den Wahnsinn getrieben. Im Jahr 2012 werfen einige Ermittler erneut einen Blick auf den inzwischen 146 Jahre alten Kriminalfall. Einige Dinge fallen ihm sofort auf. Zum Beispiel ist es untypisch für einen Dieb oder für einen Mörder, der das Opfer nicht kannte, es mit einer Bettdecke abzudecken, genauso um wie das ganze Haus zu verschließen, bevor er vom Tatort flüchtet. Die Frage ist, wie ist der Täter überhaupt geflüchtet, wenn alle Türen und Fenster im untersten Stockwerk verschlossen waren? Sollte er durch das Fenster im ersten Stock geflohen sein, durch das William sich seinen Angaben nach Zutritt zum Haus verschafft hat? Und wenn ja, warum? Da es ja keine Zeugen der Tat gab, hätte er das Haus ja einfach durch die Tür verlassen können. Durch William Hendersons Aussage, dass das Haus durchwühlt worden sei, obwohl der Täter das Haus in Wirklichkeit unberührt gelassen hat und auch dadurch, dass er mehrfach Details dazu, was genau er alles an diesem Tag gemacht hat, verändert hat, wird es inzwischen für möglich gehalten, dass er selbst die Tat begangen hat. Dass er auf dem Markt gesehen wurde, schließt ihn ja nicht unbedingt als Täter aus, da er seine Schwester auch bereits hätte umbringen können, bevor er das Haus verlassen hat. Christina, Williams ehemalige Haushälterin, die gegen James Crichton ausgesagt hatte, war möglicherweise auch nur auf die hohe ausgeschriebene Belohnung aus und hatte James deswegen der Tat bezichtigt. Abschließend gelöst werden kann der Fall leider auch im Jahr 2012 nicht mehr. Am 1. April 1950 feiert der Filialleiter der Takugin Bank in dem kleinen Ort Bifuka in Hokkaido der 49-jährige Yoshimitsu Tomisawam, das 50-jährige Bestehen der Bank, bei sich zu Hause. Sieben Personen nehmen an der Feier teil, darunter der stellvertretende Filialleiter, der 51-jährige Kanzo Horikawa. Die Gäste gehen gegen 11 am Abend nach Hause. Die Tomisawas haben sieben Töchter, doch die beiden Ältesten sind bereits ausgezogen. Die fünf noch zu Hause lebenden Töchter gehen bereits zu Bett. Yoshimitsu und seine Frau, die 44-jährige Mutsuko, bleiben noch etwas länger auf und gehen, nachdem sie alles abgeschlossen haben, ebenfalls zu Bett. Yoshimitsu und seine Frau teilen ihr Schlafzimmer mit ihren beiden jüngsten Töchtern, der elf Jahre alten Hisako und der neun Jahre alten Masako. Gegen eins in der Nacht wird plötzlich eine von Tomisawas drei älteren Töchtern, die 18-jährige Midori, durch das Bellen ihres Hundes aufgeweckt. Sie und ihre Schwestern schlafen im Raum direkt neben ihren Eltern und die Schiebetür ist einen winzigen Spalt breit geöffnet. Sie hört die Stimme eines Mannes, der mit ihrem Vater redet und sie kann verstehen, dass es um Geld geht. Sie sieht, dass der Mann ein Schwert hat und eine Maske trägt, sonst kann sie im Dunkeln fast nichts erkennen. Der Mann bedroht ihre Eltern und fordert ihren Vater auf, mit ihm zur Bank zu gehen und ihm das Geld aus dem Tresor zu geben. Yoshimitsu hat allerdings nur einen Schlüssel zum Tresor, zum Öffnen sind aber zwei Schlüssel nötig. Der zweite Schlüssel befindet sich beim stellvertretenden Filialleiter Kanzo Horikawa. Der Einbrecher fordert ihn nun auf, mit ihm zur Horikawa zu gehen und den Schlüssel zu holen. Yoshimitsu hat keine Wahl. Bevor sie aufbrechen, möchte der Täter sicherstellen, dass Yoshimitsos Frau Mutsuko, die er gefesselt hat, wieder einschläft. Er beginnt von einer Injektion zu reden, die Mutsuko sich verabreichen lassen muss. Die anderen beiden der älteren Töchter, die 22-jährige Yumiko und die 17-jährige Hisamiko, sind nun ebenfalls aufgewacht und hören, was vor sich geht. Als ihr Vater mit dem Mann das Haus verlässt, schauen die beiden kurz in den Raum, in dem sie sich befinden. Sie sehen den maskierten fremden Mann kurz im Halbdunkeln und er sieht auch sie. Dann beginnt der Täter wieder mit ihrem Vater zu reden und offenbar denkt er darüber nach, den Schwestern ebenfalls eine Injektion zu geben. Doch ihr Vater antwortet, dass dies nicht nötig sei und dass sie sofort wieder einschlafen und bis zum nächsten Tag durchschlafen würden. Anschließend schließt er die Schiebetür, so dass sie nicht mehr ins Schlafzimmer der Eltern und der jüngeren Schwestern hineinsehen können. Die Mädchen wissen nicht, was sie tun sollen, die ganze Situation ist extrem unheimlich und ihre Mutter ist von der Injektion, die sie von dem Einbrecher bekommen hat, wieder eingeschlafen. Ihr Vater und der fremde Mann kehren nur wenige Minuten später gemeinsam mit dem stellvertretenden Filialleiter Kanzo Horikawa und dessen Frau, der 46-jährigen Fumi, ins Haus zurück. Sie gehen wieder ins Schlafzimmer und die ganze Situation wirkt extrem angespannt. Auch Fumi wird nun erklärt, dass sie eine Injektion bekommen wird, woraufhin sie den Täter anbettelt, dies bitte nicht zu tun. Doch der Täter möchte auch sie betäuben, wohl um sicherzugehen, dass er nicht gestört wird, wenn er das Geld aus dem Tresor holt. Nachdem sie die Injektion bekommen hat, verlässt er mit Yoshimitsu und mit Horikawa das Haus und geht mit ihnen zur Bank. Wieder dauert es nicht lange, nur etwa eine Viertelstunde, bis die Schwestern Geräusche hören, dass der Mann mit ihrem Vater und mit Kanzo Horikawa zurückkehrt. Sie hören einige Geräusche im Schlafzimmer und danach hören sie, wie jemand das Haus verlässt. Obwohl die drei Schwestern annehmen, dass dies der Täter war, der gegangen ist, trauen sie sich nicht, ins Schlafzimmer der Eltern hineinzuschauen. Sie warten eine ganze Weile, in der sie nichts hören, bevor sie sich trauen, die Tür zu öffnen. Als sie dies schließlich tun, erwartet sie ein schrecklicher Anblick. Ihre Eltern, ihre beiden jüngeren Schwestern, Hisako und Masako, sowie das Ehepaar Horikawa ist von dem fremden Mann mit dem Schwert ermordet worden. Da alle der Opfer, vermutlich auch ihr Vater und Kanzo Horikawa, nachdem sie mit dem Täter aus der Bank zurückgekommen sind, mittels einer Injektion betäubt wurden, hat es bei der Tat keine Geräusche gegeben, keiner hat sich gewehrt. Die Schwestern sind schockiert. Sie verlassen das Haus und gehen zu Kasumi Ivakoram, der ebenfalls für die Bank arbeitet und die Polizei verständigt. Es ist etwa halb fünf in der Nacht, dreieinhalb Stunden, nachdem der Täter in ihr Haus eingedrungen ist. Der Tatort ist entsetzlich, alles ist voller Blut und es ist sofort erkennbar, dass keins der Opfer sich gegen den Angriff mit dem Schwert gewehrt hat, was dafür spricht, dass sie tatsächlich alle betäubt wurden. Da der Täter maskiert war, können die überlebenden Schwestern nichts zu seinem Aussehen sagen. Von der Stimme her hat keine von ihnen den Mann erkannt, was annehmen lässt, dass der Täter ein Fremder und kein Mitarbeiter der Bank war. Der Mann hatte aus dem Tresor der Bank über acht Millionen Yen, nach heutigem Wert über 300.000 Euro erhalten. Die Polizei stellt fest, dass er durch eins der Fenster im Erdgeschoss ins Haus eingebrochen ist und überprüft zunächst alle der Bankmitarbeiter, die auch am Abend zuvor auf der 50-Jahr-Feier bei den Tomisavas zu Hause waren. Die Stimmung auf der Feier war bestens. Es gab keinerlei Spannung, also nichts, was einen Angriff in der Nacht in irgendeiner Weise erklären könnte. Darüber hinaus hatte ja niemand die Stimme des Täters erkannt. War er also ein Fremder, der es nur auf das Geld, aber nicht auf die Familie persönlich abgesehen hatte? Warum ist er dann nach dem Erhalt des Geldes in der Bank zum Haus der Tomisavas zurückgekehrt und hat alle, außer den drei älteren Töchtern, umgebracht? Er war ja durch seine Maske nicht zu erkennen. Falls er sich mehr Zeit zum Flüchten verschaffen wollte, warum hat er dann die drei älteren Schwestern, die erwachsen beziehungsweise fast erwachsen waren, nicht ebenfalls angegriffen? Hatte er ihrem Vater geglaubt, dass sie wirklich sofort wieder einschlafen würden? Er hatte sie ja gesehen, als er mit dem Vater das Haus verlassen hatte, um die Horikavas abzuholen. Er hatte offenbar sogar zunächst darüber nachgedacht, sie ebenfalls mit dem Betäubungsmittel zu injizieren. Dann allerdings hat er sie als potenzielle Zeugin Leben zurückgelassen, während er die beiden kleinen Töchter, die erst neun und elf Jahre alt waren und den ganzen Vorfall verschlafen haben, grausam umgebracht hat. Wie der Gerichtsmediziner feststellt, wurden die Erwachsenen vor ihrem Tod mit Chloroform injiziert. Die Polizei hofft, den Täter vielleicht darüber zu finden, wer Zugang zu den Mitteln hatte, doch dies führt sie nicht zum Erfolg. Die einzigen Hinweise, die die Polizei auf den Täter hat, sind einige Fußspuren, die er auf dem blutigen Fußboden des Schlafzimmers zurückgelassen hat, sowie die Maske, die er getragen hat, die er ebenfalls am Tatort zurückgelassen hat. Er ist also ohne seine Maske geflüchtet, doch niemand meldet sich, der behauptet, ihn gesehen zu haben. Die Medien rätseln, warum Yoshimitsu und Horikawa, zwei erwachsene Männer, sich nicht wenigstens versucht haben, gegen den Täter zu wehren und sich ohne besonderen Widerstand von ihm die Injektion verabreichen lassen haben. Die Zeitungen mutmaßen, dass sie keinen Kampf mit dem Täter provozieren wollten, um die Kinder im Haus zu schützen und möglicherweise angenommen haben, dass sie tatsächlich nur von dem Täter betäubt werden und lebend aus der Sache herauskommen. Einige Tage später wird ein Mann festgenommen, der mit Yoshimitsu befreundet war und der sich einige Zeit zuvor eine größere Summe Geld von ihm geliehen hatte. Nach wenigen Tagen jedoch wird sein Alibi bestätigt und der Verdacht ihm gegenüber wird fallen gelassen. Die Zeitung nennt in den folgenden Tagen mehrere weitere Personen, die von den Medien als Verdächtige erklärt wurden. Einige dieser Personen werden auch von der Polizei überprüft, die jedoch alle von ihnen als Täter ausschließen kann. Dennoch meldet die Presse etwa einen Monat nach dem Vorfall, dass die Festnahme des Täters unmittelbar bevorstehen würde. Dies ist leider nicht so. Trotz intensiver, polizeilicher Ermittlungen kann der wahre Täter nie gefunden werden und der Fall ist auch heute, 73 Jahre später, noch ungelöst. Zum nächsten Fall gibt es leider keine Gerichtsdokumente oder ähnliches, die nachweisen können, dass er tatsächlich hier geschehen ist. Doch es gibt unzählige Überlieferungen sowie zeichnerische Darstellungen davon. Der bekannte Mönch Jacques de Broglie hält im Jahr 1612 fest, dass er selbst in regelmäßigen Abständen von dem Geschehen, das sich in der Rue des Mamosettes in Paris abgespielt hat, gehört hat. Auch der Poet Poiré hat einen Song über das Geschehen geschrieben. Beide der Häuser und Läden, in denen sich das Geschehen abgespielt hat, wurden abgerissen und an der Stelle wurde eine Gedenkpyramide errichtet, die bis 1537 am Ort des Geschehens gestanden hat. Aufgrund der zahlreichen Überlieferungen der Gedenkpyramide und so weiter kann man also davon ausgehen, dass es auf jeden Fall einen Vorfall gegeben hat. Im Jahr 1415 betreibt ein Schmied namens Gomire einen Laden in der Rue des Mamosettes. Gomire hat acht Kinder und seine finanzielle Situation ist fürchterlich. Seit langem hat seine Familie kaum etwas zu essen. Direkt gegenüber von seinem Geschäft befindet sich ein Barbierladen, der von einem Mann namens Barnabas Cabar geführt wird und direkt neben ihm betreibt Pierre Michelon eine Bäckerei. Eines Nachmittags beobachtet Gomire einen jüngeren, elegant gekleideten Mann, der den Barbierladen von Barnabas Cabar betritt. Da Gomire dringend Geld für seine Familie benötigt, beschließt er den jungen Mann, der aussieht, als hätte er Geld, abzupassen, sobald er den Barbierladen verlässt, um ihn nach einem Almosen zu fragen. Er beobachtet den Laden stundenlang, doch der Mann kommt nicht wieder heraus. Gomire wundert sich. Es ist inzwischen neun Uhr abends. Was sollte der junge Mann so lange bei einem Barbier machen? Am nächsten Tag erscheint einer der Brüder des verschwundenen Mannes in der Straße, um nach ihm zu suchen. Kabam, der Barbier, sagt dem Bruder, dass er gar nicht bei ihm eingetroffen sei. Doch Gomire, den die Sache nun sehr beschäftigt, erzählt ihm von seiner Beobachtung, also, dass er den Barbierladen betreten, aber nicht mehr verlassen hat. Der Bruder des Mannes meldet sein Verschwinden und Gomires Beobachtung bei den Behörden, die dem Barbierladen nun selbst einen Besuch abstatten. Es ist das erste Mal, dass die Behörden sich in Kabars Laden umsehen wollen und sie machen eine unglaubliche Entdeckung. Sie finden eine Falltür, die direkt vom Barbierraum, in dem die Kunden bedient werden, in den Keller führt. Im Keller befindet sich die Leiche des jungen Mannes, der am Tag zuvor verschwunden ist. Er hat eine durchgeschnittene Kehle und wurde an der Wand aufgehängt. Seine Leiche ist nicht die einzige, die sich im Keller befindet. Neben ihm sind die Leichen von neun weiteren Personen an der Wand aufgehängt. Der Nachbar des Barbiers, der Bäcker Pierre Michelon, hatte das Fleisch der Leichen für seine Pasteten benutzt. Bei weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall kommt heraus, dass Kabar und Michelon bereits seit fünf Jahren zusammenarbeiten. Kabar hatte seinen ahnungslosen Kunden die Kehle durchgeschnitten, nachdem sie sich niedergelassen haben, um sich von ihm rasieren zu lassen. Durch die Falltür konnte er sie nach der Tat direkt in den Keller stoßen und Michelon hatte immer genügend Fleisch, um seine Pasteten zu backen. Es heißt, die beiden hätten innerhalb von fünf Jahren bis zu 143 Männer auf diese Weise umgebracht und zu Pasteten verarbeitet. Barnabé Kabar und Pierre Michelon gestehen unter der Zufügung verschiedener Grausamkeiten und werden für ihre Taten zum Tod verurteilt. Sie werden vor den Toren der Stadt vor einer jubelnden Menschenmenge hingerichtet. Dieser Kriminalfall ist natürlich die Vorlage für Sweeney Todd, der nicht wie der Originalvorfall in Paris, sondern in der Fleet Street in London spielt. Der Barbierladen von Kabar sowie die Bäckerei von Michelon wurden abgerissen oder abgebrannt, wie es damals nach der Begehung von schweren Straftaten üblich war. Anstelle des ehemaligen Barbierladens und der Bäckerei befindet sich heute eine Garage für Polizeifahrzeuge an dem Ort. Lasst mir wie immer gerne eure Meinung zu den Fällen unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden und aktiviert die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf einen Extra-Kriminalfall im Monat habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Jede Menge weitere Kriminalfälle findet ihr natürlich auch auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020